Auf zum Donnerberg, denn wir müssen immer noch Tengulist retten. Er wurde von Zapdos dahin gebracht. Und hier treffen wir eines der besten Soundtracks. Wir sind hier wohl am Fuße des Donnerbergs. Ich frage mich, ob Simsalas Team bereits auf den Weg gemacht hat. Zapdos, uff, das wird sicher nicht einfach. Mir schaut an die Knie. Ich darf jetzt keine Angst haben. Schließlich haben wir einen Auftrag. Tengulist muss geerdet werden. Mike, geben wir unser Bestes. Ich kenne gerade kein anderes Spiel, bei dem ich jedes Mal richtig Gänsehaut bekomme, wenn ich den Soundtrack höre. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, könnt ihr mich fragen, hast du gerade seine Gänsehaut? Und ich würde wahrscheinlich sagen, ja, kann gut sein. Ja, weil dieses, dieses Spiel hat so geil einen Soundtrack und ich höre mir ihn so gerne privat auch an. Ach, das ist so geil. Ich kriege immer Gänsehaut. Und ja, jetzt habe ich auch Gänsehaut. Oh, nice. Du, 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 du die Lübe der Lübe bei den Lübe der Lübe den Lübe Lübe ein Noctus gar die nicht ob du sahen und Tosca oder Tosca ließ es glaube ich um da oben ist eine Sienelbeere hätte ich gern noch da was ok weiter e2 Wo ist nur das Ende wo ist Englis wo ist und wo sind wir hier überhaupt ist es das Innere des Berges und da sind wir noch am Fuße ich glaube wir sind schon drin so und drin wir müssen aber noch rein reiner genau noch tiefer rein Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, guten Tag. Bam. 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 Nice. Ja, können wir mal gleich trinken eigentlich, oder? Ja. Zack. Glück. So, dann draufsteppen und dann rein da in die Treppe. Ja, rein da. Ach, komm, lass ihn doch einfach. Ich esse kurz einen Apfel. Lecker, lecker. So, die Katschur, du hast mal die Führung nehmen, würde ich sagen. Nämlich abwechseln muss auch sein. Elektroball. No, 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 na, 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 na. är. Ba-da-ba-bam. E-he, hier, vier. Oh, Obstbrus. ist ein schlechtes pokémon aber süß ich würde zu retten weil warum nicht weil warum nicht ein fritzelblitz aber jetzt mal der unmerkendie das ist auch da und geht da ja es ist und tag habe ich einen apfel ich habe kein das schlecht ja ziemlich schlecht du hier schon die treppe ist hier noch ein apfel irgendwo ins bier mal dann wenn ihr gut wer mal die level 12 ein euro level bb was online schwindelfalle das gibt es doch nicht nein hör auf hör auf bitte auf ok oben könnte noch was sein nein es ist kein apfel ich brauche doch nur ein apfel links sind mädels was ist denn der ist bei der batter damm du nun naja ok dann werden wir hobs post wohl leider in stich lassen müssen tun wir echt leid ist tut mir leid ich kann nicht retten ich kann helfen ja ich weiß ich kann ich helfen die fünf ein super ja bringt mir nichts ich habe kein apfel und selbst dann kann ich zu bad nicht helfen weil ich dafür erst mal den ort braucht zu worden habe ich extra nicht gekauft super aber kost kein geld mehr du brauchst mal geld bringt nicht immer weiter ignoriert zu mal ein score klar ist gar nicht so gut in vier oder sich in drei ich hab's vergessen ich kann auch schon vier also score groß auf jeden fall denn vier aber score klar weiß ich gerade nicht aber ich glaube es auch schon vier weiteres zu bad nein ich kann nicht nicht rekrutieren verstehe es doch ich würde sagen wechseln mal zum magnetino mit dem ich auch mal spielen warum nicht jetzt hab ich immer so lustig rum ich möchte mal geteile so als backup benutzen so als hinter angreifer somit fern attacken soll jetzt sagt man die ich ich brauche also dann trinke ich sofort dann hatte dann ja ist mir egal geht nicht anders so wie geht es weiter hier in der wohnstube was durchsacht ich mach doch noch ich habe nie darauf geachtet auf die punkte teckel oh gott oh gott hau ab ja nice ok let's go e9 noch ist es nicht vorbei aber jetzt gleich wird es vorbei sein kommt leute kommt bitte jetzt halt so nicht bei diesem opfer da auf der kann doch nix ey ich kann ja mal wegdrücken lol auch nie gesehen das lustig nice er lebt noch weg mit ihr oh oh leil skogler ja kann es mitmachen aber explosions gespielt werden aber allen team mit den schaden durch explosion das ist richtig gut für endgame oder für später im spiel weil später gibt es im spiel richtig viel explosions fallen sag ich mal ja mehr sag ich noch nicht erst wenn es dazu kommt Pikachu hebt den apfel auf tauschen gegen eine frage wäre und rein da jetzt sehen es geht noch weiter geht in der berg ich habe keine ahnung nein ich habe wirklich keine ahnung äh leute ok wir kommen glaube ich jetzt nein die brauche hilfe oh nein geschafft nice pikachu level 13 aufgestiegen ich bin noch stärker ja ja du bist immer krasser ich sollte vielleicht nicht wie zusammen vorne halten wenn ich gegen den vucano kämpfe kritikal hit da Lalalalala La la laa Vies Gutes du 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 ah ok schon hoch und dann hat noch ein viel ist kommt wenn es nix ich kann wieder mit magnetilo kriegt man hier auf da geht es jetzt noch mehr money 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 so wie wir sind jetzt schon ziemlich weit oben bis zum glipfe soll es nicht mehr viel seit nicht mehr viel fehlen wenn die titel ist sogar der katzen wie cool oder sie nur mike wenn du kein gama statu das ist eine kann gama statu sie ist sehr nützlich da sie dir das verwalten deiner sammelbox ermöglicht ideal also wenn du deine eigens ein bisschen ordnen möchtest aber genug dazu wir sind gleich am ziel jetzt nur nicht nachlassen ne ich doch nicht abenteuer mache spaß die musik ist geil wo sorry lalala 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 Ich muss kurz überlegen, Leute Zink Okay Okay, interessant Die können wir wegtun Ja Ja Nur das noch Reicht Okay, dann Weiter geht's Ja Ja Donnerberg Gipfel E Elf Ui, krass Wollen wir nochmal Zink ausprobieren, würde ich sagen Spezialverteidigung Ich würde sagen Gibt es mir einfach selber, oder? Warte ich guck erstmal Ich hab 30 da 25, 20 Ich Hm 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 es ist dann leute ist denn es wird mir egal was er damit macht könnt es gehen wenn der bock das ist nicht gut ja irgendwas kommt warum ranken lieb dass sie mir selber auswählen schon dauernd ok wegen der egelsamen wahrscheinlich was ein item schlafsamen ja kann nützlich sein muss aber nicht komponiert nein ich kenne 17 ja mein level ist aufgestiegen gestiegen hier ist es dauernd und weiter geht's komm das ding in ruhe kommt her leute leute ja hat man aber kann ich nicht eh nicht rekrutieren kann ich doch ähnlich warum mache ich dann ich weiß es nicht leute ich lasse es nichts mal dauernd gehen wir sind angekommen am donnerberg gipfel wir haben den gipfel erreicht hey so versteckst du dich wir sind wie gewünscht ich habe euch gewarnt ich werde keine glade hängen ich habe keine angst ich habe keine angst hast du sag das lasst hängel ist frei vor dir steht nämlich ein retter team ich höre große anschlossenheit aus euren worten doch jetzt werdet ihr ihn zu spüren bekommen meinen grenzenlosen zorn wird nicht mehr verdammt verdammt wir können das abdorsten holen zengel ist zurück kompikatschuh Ich spiele mal mit Pikachu Aue, das ist da ziemlich krass Egal Das ist nicht gut Ich habe nichts mehr zu umheilen Doch eine einzige Sienel Bären Ne, sogar zwei Habe ich noch die Essig jetzt? No, 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 no No, 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 no Du, skokla, chillt da nur rum Himmelsfeger Oh Gott Bam Verdammt, yes Bam Bam Oh mein Gott Oh mein Gott Scheiße Verdammt Schlammert, komm schon Kill es Wie lange lebt denn das doch? Das muss doch mal down sein Nein Nein Oh Gott Oh Gott Jetzt will ich den Himmelsfeger einsetzen Kill es Kill es Man, geht hier Wo rennst du hin? Greif an Yes Wir haben es geschafft Was geschieht hier? Hast du noch nicht genug? Komm nur her Genug Der Kampf ist vorbei Ich habe mich bewohnt Ihr könnt Tenguris wieder mitnehmen Ihr Kinder habt mich beeindruckt Doch steht euch vor Das nächste Mal werde ich euch nicht so leicht machen Ihr werdet meine ganze Kraft zu spüren bekommen Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und hart trainieren Seht mal Das ist Tengulist Geht es dir gut? Aua Ja doch Mehr oder weniger Bin ich vielleicht froh, dass du wohl auf bist Das war echt spektakulär Diesem Topdus habt ihr es gezeigt Ganz meine Meinung Du bist ganz schön stark für ein einfaches Bisasam Schon bei unserer ersten Begegnung habe ich es gespürt Du bist kein Pokémon, nicht wahr? Wow Wie kommst du darauf? Aber du hast recht Mike ist tatsächlich kein Pokémon Mike ist ein Mensch Was? Ein Mensch? Aber ist sowas überhaupt möglich? Er kann es sich auch nicht erklären Er wachte eines Morgens auf und war ein Pokémon Und obendrein hatte jede Erinnerung an seine Zeit als Mensch verloren Oh, warte mal Lombrero hat neulich auf dem Platz etwas dazu gesagt Er meinte Simsela, wisse alles Simsela, weißt du warum Mike so eine Pokémon wurde? Nein Auch ich weiß es nicht Oh, schade Ich dachte du könntest es uns sagen Weil du hast ja 5000 IQ laut Pokédex Wobei Es gibt ja einen Weg Der Wahrheit auf die Spur zu kommen Echt? Und der wäre? Begebt euch zum Berg der Vorzeit Dort lebt ein Pokémon Das den ganzen Tag in Gän Sonne blickt Ein Pokémon Von dem es heißt Es können wir in die Zukunft sehen Xartu ist sein Name Er sollte Licht in diese Angelegenheit bringen können In Ordnung Nichts wie auf zu Xartu Mike, lass uns zum Berg der Vorzeit gehen Wir dürfen keine Zeit verlieren Kennen wir zur Basis zurück Tangle ist, kommst du? Wir müssen uns schmuten Äh, ja Ich komme Hm? Mike Ja? Willst du etwa Wurzeln schlagen? Verstehst du? Wurzeln Äh, los, lass uns nach Hause gehen Okay Ich habe mich jetzt voll gewundert am Anfang der Katze Weil normalerweise kommen die erst später dazu Erst nachdem Zapdos weg ist, kommen die dazu Aber haben die wohl jetzt nicht mehr geändert Dass sie schon direkt am Anfang der Katze So früh da sind Simsalah Ich kann natürlich jetzt lange genug Mein Gefühl sagt mir, dass du eben nicht ganz ehrlich zu ihnen warst Du weißt etwas, nicht wahr? Es gibt da etwas, was mich beunregt Aber das behalte ich vorerst für mich Und um ihre Twillen Okay Wir kriegen ein Intensiv-Ticket Super So, Skogler Gib mir dein Geld Nice Am nächsten Morgen Guten Morgen Niemann da Pika Mein guten Morgen Ich habe mich gestern etwas umgehört Dabei habe ich erfahren, dass der Berg der Vorzeit in der Riesenstucht liegt Wir sollten sofort aufbrechen Die Riesenstucht erwartet uns Nein, nur? Worauf wartest du? Hör mal Pika Was ist denn? Was hast du? Warum legst du so ins Zeug? Woher kommt dein Tatendrang? Woher kommt dein Tatendrang? Wie? Was ist denn? Was ist das denn für deine Frage? Du selbst hast ja nichts davon Du hast alles nur für andere Nur für andere? Sag mal, was hängst du eigentlich von mir? Wir sind doch Freunde, Mike Ich will mein Bestes geben Eben Ich will mein Bestes geben Eben weil ich es für nicht tue, Mike So sehe ich das zumindest Aber wie auch immer Lass uns einfach alles geben Wie sonst auch Okay, Fellibar Gronkh Bum 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 Was haben wir denn hier drinnen? Nach Post Sehen Was haben wir denn? Äh Kringbumpen Donnerberg E10, wir nehmen das mal, aber ich weiß nicht Nummer 7, das 1x1 der linken Attacken Dies sind die empfohlenen linken Attacken für Anfänger Typ Pflanze, Kampf oder Boden Wie sie sagen, Schlammbad und Samenbomben Antikkraft und Teckel, Eisenschweif und Absorber Durchbruch und Karnateschlag, Durchbruch und Krochenkoll Ahja, Ok, jetzt verstehe ich Elektro, Ball und Strauchler ist empfohlen Äh, ich weiß nicht Schlammbad und Samenbomben Nein, ich weiß nicht Ein Geschenk von der Rettungsorganisation Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz Hat die Rettungsorganisation ein Geschenk für dein Retter Team Löse die beigefügten Intensivtickets in Makuhita-Dojo ein Und trainier'er Wasserzeuggeld Zwei normale super tool ja im happy macht aber weiter ich bin ja mal kaufen mal was cool ist wo man ist vielleicht war nach zu weit oder skogler mussten skogler habe ich neue pokémon ist jetzt nein mal gucken wie nehmen wir den score hobs bros nein skogler du wäre was du auch tiefgrünberg beide ja okay dann schon dann kaufe ich tata kämpfe wir haben was war da das ist doch cool wir können den panzer ehron kampf demnächst mal wie mehr neu machen wir können ja wie menschen und wenn wir das dann gekauft haben dann haben wir eine chance hin zu rekrutieren das ist doch cool ja okay dann erst mal fisch erste du denn 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 ich bin so froh dass er ist nichts so geschossen ist mein team ist fantastisch ich kann nicht glauben dass er tatsächlich tat das besiegt hat krass oder nie gehört es gibt wirklich ein punkt das heißt ich muss sagen ich bin sehr beeindruckt ein team ist überraschend mutig ich habe meine meinung durch geändert das ist doch cool kann vielleicht noch ganz kurz eine zwischenmissionen was wir zwischen missionen ob so wen oder so wo heißt du wohl bei den rettungsaufträgen am infobrett wusstest du dass du auch mehrere aufträger auf einmal legen kannst ja was ja schon klar du bist auf zack durch warum denn da es gibt mehrere seiten nehmen wir das mal das hier das hier ja nehmen wir das ganze mal einfach mit ups ist ja auch schon was man kann nicht mehr als acht annehmen was wieso mh sinn ich verstehe den sinn nicht okay seltsam egal so riesen schluchts ist freigeschaltet okay warum sind das alles andere hier stahlberg sind fünf und den stahlberg jetzt machen schnell kleinheim ist ganz kurz du was lohnt sich noch nicht das ist nur eine aufgabe und hier lohnt sich das erst recht nicht ich würde sagen wir machen das hier oder das ist alles nur hilf mir hilf mir ja und hier finde niduran bring mich zu kleinstein ja ich würde sagen das machen wir kurz ja ich würde sagen das machen wir noch kurz dauert ja nicht so lange denke ich mal ja ja es war mal fünf aufträger in dieser vielleicht doch lange ja ich hoffe es dauert nicht lange denn die folge ist ja eigentlich schon zu ende machen sollen wo ist plus le ok wir sollten vielleicht aufgeben das war doch keine gute idee äh 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 aufgeben was nein nein dann nicht oh god dann muss ich es ja doch noch machen äh oh 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 da ist ein pokémon verfolgung nein nein oh gott oh gott nicht wecken bloß nicht wecken das ist das item überhaupt nicht wert du 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 dann ist fünde leute seht ihr das da ist ein super-post den sieht man oder auf der karte alsoким erscheinen des politicals der nähe das ist sehr mächtig doch wenn du ihn besiegt in der lässt es sind die schätze das symbol hilft ja ihn zu erkennen warum wurde es mir noch folgend gesagt das galopper ja wir können es gleich mal trinken äh werden wer bräuchte denn du bräuchte eigentlich ja trinke ich hab du willst wir machen echt wenig damage gegen das vieh schlammbad okay das macht schon okay damage würde ich sagen ich habe schon killes nice und beim noch in den hintern schießen kommen kindes das nehme ich doch gerne mit mein freund das ist doch schön ein klein stein könnten wir rekrutieren oder es wäre aber nicht dann halt eben nicht und hier ist letzte das tut der last boy mein hunger ist nicht gesteht aber 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 ja aber ah gott gut gut hei barm 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 darin wurde das hier dann auch mal abgeschlossen und wir kriegen ein regenbogengummi für den boss und für visa bekommen war ein intensiv ticket es nice und ein paar punkte deshalb habe ich auch gemacht wenn ich will wissen was der nächste rang ist so die krim ist auch mini belebersamen immer gut sagt okay von euch auch noch mal ein kalzium jetzt eigentlich nicht aber okay nice okay knulloworb zinkbandana nice und oh neuerrang 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 den normalen rang geil super verfügbare plätze im camp von fünf zu acht anzahl an die machen aufträge 16 super als der zusammenstellbarer teams drei kapazität der sammelbox immer noch 32 warum auch immer schade und wir gehen noch viel mehr dazu dafür für das gerade level ab so lehrt usko ist das denn aber ist jemand kriegt richtig viel dadurch oh gott wahrscheinlich 1000 punkte für den nächsten rang